Ich stehe auf dem Schlauch und mein Schlauch ist sehr, sehr breit. Da hat einer ordentlich Dünnschiss gehabt. Klopapier ist auch alle, Corona ist ausgebrochen. Kommt die Schlange? Ah, die Schlange kommt! Gehen wir mal hier. Das ist der Vater und das ist die Mutter. Wie sie leibt und nicht mehr lebt. Ich bin nur ein kleines Kind, ich weiß nicht, was ich mache. Ich lauf einfach nur rum, mach Türen auf und zu. Was zur Hölle? Was ist los hierher? Ach, schon wieder ein Handsch... Gott sei Dank bin ich schon berühmt und kann mir das leisten. Auszusehen wie eine Hackfräse. Ich bin so ein Riesenarsch, dass ich mehrere Sessel brauche. Wow, what the fuck? Lauf!